Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich die Aktie Meta Plattforms für euch dabei, beziehungsweise ja die ehemalige Facebook Aktie. Ja und jetzt habe ich heute für euch die wichtigen Marken für euch dabei, also was jetzt aktuell wichtig ist, gerade was den Kurs betrifft, auf die News möchte ich mit euch zusammen eingehen. Dann schauen wir uns auch die aktuellsten und geplanten Finanzdaten bei Meta an und gehen dann wie immer auf den Jahreschart über. Ja und dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt und zwar wie gesagt, auf welche wichtigen Marken kommt es jetzt hier an? Grundsätzlich kann man sogar, kann man schon mal sagen, Meta gehört zu den großen Tech-Verlierern des laufenden Jahres. Meta notiert immer noch knapp 31% unter dem Februar hoch. Allerdings sieht das Chartbild nicht mehr so dramatisch aus, wie noch Mitte des letzten Monats. Die Aktie hat hier seit dem März tief bereits 21% zugelegt und ist kurz davor, die wichtige 50-Tage-Linie bei 228,96 Dollar zu überwinden. Und gelingt es jetzt hier den Bullen, den Widerstand zu knacken, dann stehen als nächste Hürden die untere Kante des Februar-Gaps bei 248 Dollar, sowie die wichtige 250-Dollar-Marke im Weg. Das sind so die zwei nächsten Hürden danach. Nachhaltiger Break über die 250-Dollar-Marke würde dann starke Kaufimpulse auslösen und die Rally könnte dann eigentlich so richtig Fahrt aufnehmen. Und die nächsten übergeordneten Ziele wären dann das Januertief bei 289 Dollar und die 300-Dollar-Marke. Das wären so die Ziele, die danach im Raum stehen. Nach unten sichern derzeit der Support bei 213,15 Dollar, sowie auch die 200-Dollar-Marke ab. Das ist nach unten hin die nächstgelegene Unterstützung. Und man hält jetzt hier auch den Ausbruch über die 250-Dollar-Marke ohne neuen operativen Rückenwind für ein bisschen unwahrscheinlicher. Also man muss hier ein bisschen auf den Newsflow schauen. Wichtig wäre in diesem Kontext, dass Meta bei den anstehenden Quartalszahlen, die für den 27. April erwartet werden, überzeugt. Also wie gesagt, die Ohren und Augen sind hier auf den 27. April gerichtet. Sollte man hier die Zahlen deutlich übertreffen können, dann könnte es hier über wichtige Marken drüber weggehen. Das gibt auf jeden Fall einen Aktienimpuls. Schreibt mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr Meta-Plattforms in eurem Depot habt. Einfach so als Stütze oder Pfeiler oder jetzt gerade zu solchen Kursen nachgekauft habt oder per monatlichen Sparplan bespart. Würde mich mal mega interessieren. Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann schauen wir uns jetzt hier schon direkt die Finanzdaten an. Der Umsatz dieses Jahres geplant bei sagenhaften 122 Milliarden Euro. Also hier auch für euch alle schon in Euro umgerechnet angegeben. Das Nettoergebnis soll bei 31,9 Milliarden liegen und die Netto-Liquidität bei 50,1 Milliarden. KGV ist jetzt eigentlich wieder wirklich günstig bewertet mit ungefähr 18. Da kann man überhaupt nichts sagen bei so einem Tech-Riesen. Und der Umsatz nächstes Jahr soll dann sogar weiter wachsen auf 142 Milliarden. Das Nettoergebnis auf 37,7 Milliarden und die Netto-Liquidität auf sagenhafte 72 Milliarden Euro. KGV dann irgendwo so um die 15. Aber wie gesagt, nächstes Jahr ist für mich noch so voll die Glaskugel. Einfach mal so die groben Schätzungen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 555 Milliarden Euro und Mitarbeiterzahl über 71.900 Mitarbeiter. Im Streubesitz haben wir hier aktuell 84,4 Prozent von den Meta-Aktien oder Meta-Plattforms. Und dann schauen wir uns jetzt auch die Aktien an. Am Freitag eigentlich ein freundlicher Ausgang ins Wochenende mit plus 1,18 Prozent. Wir stehen bei 205,25 Euro. Haben hier aktuell auch die 50-Tage-Linie eben geknackt. Die muss man jetzt schauen, ob die hält. Die nächste ganz große Hürde sehen wir eben hier oben dann im Bereich um die 200, ja knapp unter 275 Euro. Das absolute Jahrestief hier bei 171,98 scheint zu halten. Wir sind dreimal auf diesem Boden aufgelaufen und die Aktie ist immer wieder nach oben abgeprallt. Das heißt, das ist eine ganz, ganz starke Unterstützungslinie. Sogar sollte man hier jetzt wirklich unter die 50-Tage-Linie brechen, dann ist es die nächstgelegene starke Unterstützung. Das Jahreshoch liegt ja bei 323 Euro. Davon ist man ein ganz, ganz gutes Stück entfernt. Aber ich traue Meta natürlich für die Zukunft wieder sehr viel zu. Sie haben Aufholbedarf, muss man sagen. Und wie gesagt, die Zahlen am 27. April, da werde ich auf jeden Fall ein Update für euch bringen. Und schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was ihr vielleicht für weitere Aktien sehen wollt. Dann nehme ich die gerne mit auf hier in meinen nächsten Videos. Und da freue ich mich auf jedes Kommentar von euch. Ja und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video in meinem Kanal jetzt gefallen hat, dann drückt doch jetzt gerne den Abo-Button. Und aktiviert auch mal die Glocke, um hier keine News und keine Videos mehr zu verpassen. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!